So, noch mehr Pflanzen zum Zerstören. Das ist meine nächste Recording-Serie, deswegen einfach euer Gurubi. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play. Batman Akum Asylum. Hat mich ganz angenommen mit den Scharfschützen, dann muss ich das jetzt mal erledigen. Ich will mal schauen, ob ich ihn auch von hier treffen könnte damit. Okay, das ging. Wir räumen jetzt erstmal trotzdem ein bisschen auf dieser Insel hier auf. Kannst du mal die Hülle kaputt machen? Okay, ich wollte schon sagen. Ich lass dich aber jetzt warten, weil ich jetzt mal deine blöden Pflanzen hier aufmach. Und die FP, die XP dafür haben will. FP, wieso kommt ich auf FP? Die XP haben will. Kann ich hier nicht hoch? Ne, kann ich nicht. Ähhhhhhhhh. Warte mal, warte mal. Wie sieht's denn hier eigentlich mit den Herausforderungen aus? Ich muss eigentlich nur noch Joker-Szene finden, ne? Die sind bestimmt da in der Nähe oder sowas, ne? Hm, 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 hm. Wahrscheinlich, äh, muss ich mal da oben gucken beim anderen Schützen. Aber ich will vorher diese Pflanzen hier los und die stressen dann. Mir schadet vor. Das wäre natürlich blöde, wenn mir jetzt echt ein Joker-Zahn fehlt. Weil ich irgendwo nicht aufmerksam genug geguckt hab. Ich will die alles kaputt gemacht. Alles hat die kaputt gemacht, ne? Kann aber natürlich auch noch sein, dass, äh, direkt vor der Treppe Joker-Zene, weil das ist ja immer so. Oh nein, ich würde mich beruhig nicht machen. Oder auch nicht. Nein. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, bei mutierten Genen, ne? Was hat passiert? Oh, 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 pass auf, Hashtag Cancel-Gen-Kirby. Wegen Frauen fand ich nix oder so, nein. Äh, wir haben nix gesagt. Tatsächlich ist hier noch ein Joker-Zahn. Du bist aber der Litz, oder? Ah, ne. Ne? Jawoll! Alle Rittler-Herausforderungen abgeschlossen hier in diesem Bereich, ne? So. Äh, wie sieht's da aus den anderen Bereichen? Da haben wir noch ein bisschen was. Nachgemeile Nord. Oh, und die Pfandlung haben wir noch mehr. Yay! Da müssen wir noch mal ganz viel machen, damit die Medizinabteilung... Okay. Ich will eigentlich erstmal nur wissen, ob ich überall die Wittler-Karte habe. Nein, in den botanischen Gärten habe ich die Wittler-Karte noch nicht. Wuhu! So sieht das aus. Ah, so viel ist es eigentlich nicht mehr. Das meiste wusste ich teilweise ja noch. Bei einigen habe ich ja dann die Karte gebraucht. Jetzt haben wir erstmal noch diese Pflanzen los. Und mit ein bisschen Glück habe ich gleich wieder einen Stufenaufstieg. Mal kurz checken, da ist nichts mehr. Alles ist kaputt hier. Alles kaputt. Also wir haben uns auf jeden Fall mit der Menge der Rätsel schon qualifiziert für das beste Ending. Das ist ja immer abhängig in Relation, wie viele Rätsel man geschafft hat. Und da wir ja einige schon abgeschlossen haben. Ist das alles okay? Dann geben wir erstmal die botanischen Gärten. Auch wenn danach schon fast der Auftakt zum Finale ist, aber ich werde dann noch ein bisschen Backtracking machen. Ich will gucken, was ich noch vor dem Finale dann alles erwischen kann. Ich glaube, man konnte nicht alle Rätsel machen. So hatte ich es irgendwie in Erinnerung. Es war bei diesem Spiel noch so, dass man da softlockt wurde und dann zurückkehren musste. Gefällt ihr, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade... Habe ich nicht schon gescannt. Ja, aber jetzt kommt. Wo geht's denn weiter? Wie hättet ihr jetzt eins? Da ist das. You... Don't do it! Don't do it! So, ich habe hier keine Wittlerkarte gefunden worden. Habt ihr euch schon gescannt? Bereits gelöst. Ich müsste mal kurz was schauen. Was haben wir denn in den botanischen Gärten? Haben wir noch zwei Rätsel? Joker-Szene. Zwei, äh... Ne, drei Rätsel. Zwei Trophäen. Joker-Szene. Wie viel habe ich denn zerstört? Das kann ich gar nicht schauen, ne? Und dann die Wittlerkarte. Boah, wie mich diese Pflanzen grad nerfen, gell? Nö! Warum soll dich? Und dann die Wittlerkarte. Juhu... 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 Aber das lässt sich ja wohl nicht vermeiden, ne? Kann ich hier gerade in einem... Ich will was wissen, aber die hat den Raum wahrscheinlich zugesperrt, ne? Ich wollte eigentlich nur was wissen. Ne, ich kann gerade keiner... Also ich muss jetzt zwangsweise den Poison Ivy Kampf machen. Und kann gar nicht in die anderen Räume gehen. Weil sie einfach alles abgedeckt hat. Äh, doch. Die haben mich schon ein paar Mal böse KO'd. Dann bring it! Hey, 20 Joker-Zähne besiegt. Äh, beseitigt. Hier soll das Rätsel mit dem Redcatcher sein, gell? Ich frage mich nur wo es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es mir nochmal durchlesen. Der Redcatcher braucht mehr als seine Chancen um sein... Der Redcatcher braucht... Damn, son. Der Loser hatte keine Chance! Hahaha! Ich meine es, sieh mich an! Jetzt muss ich die Joker-Zähne neu kaputt machen. Was können wir überspringen? Ich bin halt so früh ab... So. Das hier... Warte, warte, warte. Ich will mal was überbluten. Das hier alles... Ja, 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 ja. Das hier alles zählt als... ...die botanischen Gärten. Aber im gefluteten Korridor. Im gefluteten Korridor? Oder wo soll das sein? Gefluteter Korridor. Hier ist irgendwo die Gäte. Ich dachte nicht. Nee. Nee, nee, nee. Nee, ich mach es noch. Hast du Angst, Batman? Warum sollte ich das sein? Das solltest du. Du bist nur ein Mann. Objekt zu klein. Objekt fährt weg. Daher. Da ist ja nichts. Das ist hierbei jetzt gelöst, ne? Okay, ich glaube, ich muss mich... Ich habe mich rückversichert, Batman. Ah, you got me. Sie werden einfach sterben, wenn ihr etwas zustimmt. Ich bin der Meinung, dass mit dem Redcatcher müsste eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Aber ich komme nicht drauf. Ich habe die Wittler-Karte auch nicht gefunden. Gib mir einen Hinweis. Egal, bis das hier oben ist, habe ich sie mir eh fertig aufgenommen. Okay, dann bring it, Bossfight. Ich lasse dich das nicht zerstören, Batman. Ich habe gesagt, du sollst in deine Zelle gehen. Ich war ein Narr. Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen. Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind. Stärker wurden. Okay, jetzt geht's los. Okay, jetzt geht's los. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich bin da reingesprungen. Scheiße. Ah, shit. Werfen, springen. Werfen, springen. Werfen, springen. Ah, scheiße. 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 Ich weiß auch nicht, ob die nochmal so eine Refresh-Phase hat. Ich bin mir sicher bestimmt. Nein. Ich bin reingerollt. Scheiße. Ich gehe KO. Jede Wette. Nein. Geh weg. Geh weg. Ey. Ich war doch weg. Willst du mich denn verarschen? Hier ist ein scheiß Delay drin. Halt. Alter, der nächste Hitze killt mich. Hey, ich habe zu viel Energie verloren. Du bist jetzt nur noch Nahrung, Deathman. Man, ich kann das nicht mehr. Du bist tot und begraben. Jetzt können wir spielen. Oh, komm. Skippet. 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 Hier muss ich eigentlich noch nicht so viel rumspringen. Das Wichtige ist, dass ich aufpasse, wenn sie in den Shoot-Modus geht. In den da. So wird es besser gedacht Ach komm ey Warum werde ich denn da wohl getroffen? Alter Jeder Hit Erwischt mich Das ist ja nicht mehr lustig Ich brauche mindestens einen weiteren Anlauf Bei meinem Talent wahrscheinlich noch 10 mehr Halt Ich bin noch gesprungen Ey Nee Nee Tut mir leid Bevor du es verflückst Shit, shit, shit Na komm 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 Geh weg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Meine Pflanzen werden dich und dein festbares Kopf haben dich erfunden. Halt! Halt! Ich bin stärker als du kleiner Mann. Und jetzt in Bewegung sein, in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Sehr gut. Ah Mist, ich bin getroffen. Egal, Bewegung bleiben! Halt! Hilf doch mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich werde dauernd getroffen von irgendwelchen mistigen Mist-Attacken. Nein! Puh, das war knapp. Weil ich es mit den Winkeln hier nicht habe in diesem Spiel. Das wissen wir ja, ne? Auch schon aus Sunshine. Und es ist noch ein Pflanzen gegen den Engel! Alter, das trifft mich dauernd! Hau ab! Alter! Ja! Ich nix gute Hand-Augen-Koordination, weißt du? Na komm, das wird mir nicht schaffen. Außer sie macht noch nen Revival hier. Sie macht noch nen Revival, gell? Hallo? Achso! Scheiße, nein! Oh nein! Oh nein, ich... Okay, ich wollte schon sagen. Doch, bitte! Scheiße! Geht noch ne nächste Runde. Ich wusste es! Halt, geh doch weg! Ach nee! Ach nee, jetzt kämpfen wir noch gegen solche Hane-Piepen. Geht weg! Ich muss die jetzt mal loswerden. Ich muss die jetzt mal loswerden.